Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von GarnetTV, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und heute schauen wir wieder eure Aquarien an. Alles und mehr nach dem Intro. Es gab viele Einsendungen, leider haben 80% wirklich das wieder falsch gemacht. Sie haben wieder hochkant mit ihrem Handy gefilmt, nicht quer. Können wir leider nicht berücksichtigen. Also, falls du doch noch mit reinkommen möchtest, im Querformat filmen. Und ganz wichtig, ihr dürft nicht irgendwelche Logos oder sonst irgendwas mit drin haben von anderen bekannten Plattformen. Schauen wir uns das Erste an. Das Erste, das hat uns die Mika geschickt. Die Mika ist 15 Jahre alt und hat ein Juwel Lido 120. Es läuft jetzt circa ein Jahr. Nee, es läuft circa anderthalb Monate. Oh, so. Es läuft erst anderthalb Monate und sie betreibt es tatsächlich mit zwei Filtern. Der eine ist ein Juwel Bioflow und der andere ein Sera Bioaktiv 130. Und als Besatzer hat sie Zwergreinfrische, Platis, Molli, Panzerwels, ein Guppi, ein Neon, eine Rennschnecke, acht Kardinalfische und vier Orgitter Harneschwelser. Okay, schauen wir uns das mal von, ja, schon mal so an. Da haben wir das schon mal mit Unterschrank offen. Zum Besatz kann man sagen, der ist nicht sehr gut gewählt, liebe Mika. Ja, erstens, Neonfische sind zum Beispiel Schwarmfische. Die mögen das überhaupt gar nicht alleine zu sein. Da solltest du vielleicht diesen einen abgeben oder dementsprechend einfach nochmal so 10, 12 bis 15 Stück nachsetzen. Eine Rennschnecke, das ist völlig in Ordnung. Das kann man so machen. Und die Zwergreinfrische lasse ich mich jetzt auch drüber streiten, ob die jetzt da wirklich reingehören oder nicht. Das kann ich meiner Meinung nach eher nicht so, aber das lasse ich jetzt einfach mal nochmal so durchgehen. Sieben Panzerwelser hat es jetzt tatsächlich drin und dementsprechend ein paar Guppi, Mollis, also ein paar Lebengebärne. Kann man machen, komme aber dementsprechend auch aus einem anderen Gebiet, vom Wasser her. Ja, aber stehe ich jetzt nicht als Riesenproblem. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Wir haben den Unterschrank, wir haben das Aquarium, was sehr, sehr schön schlicht eingerichtet ist. Aber wir gehen erstmal in den Unterschrank, wie ich sehe. Da haben wir den Filter, den Außenfilter. Da haben wir alles, was an Zubehör ansteht. Und da haben wir das Aquarium. Eine große Wurzel in der Mitte. Dann haben wir da die Kardinalzische. Den einsamen roten Neon, was sehr, sehr schade ist. Aber ansonsten schöner weißer Bodengrund, gut für die Panzerwelsen. Ein paar kleine Detailsteine, finde ich auch sehr, sehr schön. Schöne Höhle, muss ich sagen. Also schön eingerichtet, muss ich sagen. Extra Sauerstoff wird mit reingeblasen über den Filter, wie ich sehe. Warum du jetzt zwei Filter im Betrieb hast, weiß ich jetzt nicht. Das könntest du gerne mal in die Kommentare schreiben. Schöne Platis. Also von der Gestaltung her echt ein schönes Aquarium. Würde ich mir auch hinstellen, tatsächlich. Da haben wir die Panzerwelsen wieder unten. War das eigentlich auch nur ein Guppi, der mit da drin war? Lass ich mal ganz kurz gucken. Ein Guppi. Ja, den Guppi kannst du auch noch mal ein paar Freunde schenken, wenn du das möchtest. Musst du aber dementsprechend nicht. Aber beim Neon würde ich dir das schon raten. Die Orgida Hanuschwäse hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Was aber gar nicht jetzt so schlimm ist. Die werden da sicherlich auch irgendwo sein. Okay, kommen wir zum nächsten Aquarium. Das ist vom Achim. Der Achim. Ich öffne das mal ganz kurz. Der Achim schreibt. Das ist mein Amazonas oder mein kleiner Amazonas. Juve Reo 450. Und darin befinden sich sieben Naja Skalare. 16 Trauermantelsalmler. Zwei Maroni-Bundbarsche. Drei glänzende Zwergbundbarsche. Zwei El-Goldfleck-Segelschilderwelse. Drei El-37-Welse. Ein L128. Blauer Phantomwels. Zwei Netzpinsel-Eigenfresser aus einem älteren Aquarium. Und die Beleuchtung ist eine Juwel. Beleuchtung. Filter ist ein Eheim. Okay, schauen wir uns das Ganze auch mal an. Der erste Eindruck. Erstmal hier. Sieht ja erstmal richtig, richtig gut aus. Auch schön groß. Da haben wir die Trauermantel. Auch ein Fisch, den ich aus der Kindheit noch kenne. Der hieß bei uns Uschi. Als kleines Kind. Schöne Höhlen für die Welser. Schöne, schöne majestätische Skalare. Ich bin auch seit dem neuesten oder seit ein bisschen schon ein bisschen Skalar-Fan geworden, seitdem ich selber mal welche habe. So ein Pärchen. Boah, große, große Welt. Sehr schön. Cool. Alle Fischer auch sehr entspannt beim Film. Das sieht man gerne. Da auch ein Riesen-Wels. Hammer. Also Respekt. Wirklich. Und dann die schönen Skalare dazu. Ein schönes Aquarium. Muss ich schon sagen. Viele Versteckmöglichkeiten. Schön aufgebaut. Holz, Pflanzen, hohe Pflanzen. Also schön für die Wälder. Echt gut gemacht. Gefällt mir. Kann ich nur sagen. Daumen nach oben, Achim. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für die Einsendung. Super. Schauen wir uns auch das nächste und damit heute schon das letzte an. Leider kein Name. Ist ein 90 Liter Cube. Wird mit einem JBL E902 Filter tatsächlich betrieben. Eine CO2-Anlage ist angeschlossen. Eine Chioros WRGB2-Lampe. Und wir haben auf jeden Fall Corridores drin. Also Panzerwälse. Und dann haben wir kleine Fische mit drin. So wie Napschnecken. Und ein paar Neokaridina davidigarnelen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also jetzt sieht man gerade erst mal nur eine Topfpflanze. Ich hoffe, dass du das richtige Aquarium, was du uns geschickt hast. Richtige Video, meine ich natürlich. Und da haben wir es. Boah, richtig schön rot. Rote Pflanzen. Wow. Ich halte das mal ganz kurz an. Das sieht ja mal richtig, richtig gut aus. Das sieht gar nicht aus wie ein 90 Liter. Das sieht aus wie so ein 30 Liter Cube. Hammer. Also ich stehe ja total auf diese roten Pflanzen. Wenn die so richtig schön knallig rot sind. Sieht richtig, richtig gut aus. Auch mit den Lavasteinen davor. Und dann davor eine weiße Bodengrund. Und dann der Bodendecker auf der rechten Seite. Richtig, richtig gut. Und dann dazu die kleinen Fischchen, die dazwischen hier rumschwimmen. Richtig schön. Also Daumen nach oben. Wow. Auch schön dicht bepflanzt. Für Zwerggarnelen, die da drin sind, natürlich auch wunderbar. Und auch für kleine Babyfische. Gut zum Verstecken. Hier, da ist eine Garnele, glaube ich. Sieht man. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen. Bei so einem Teppich von Pflanzen. Da ist jetzt, da muss man schon regelmäßig auch mal kürzen. Weil hier ist die Schwierigkeit. Das sieht man vielleicht schon so ein ganz bisschen. In dem unteren Bereich kommt kein Licht mehr hin. Und im unteren Bereich stirbt das dann irgendwann alles ab. Wird langsam gelblich. Und dann löst sich das leider alles. Und ist nicht mehr fest am Boden drin. Und dann sieht das nicht mehr so schön aus. Also ist mühsame Arbeit. Aber wenn man das regelmäßig kurz schneidet, das denke ich mal, wird er jetzt demnächst auch tun. Es sieht nach einem Aquarianer aus, der genau weiß, was er da tut mit seinem Aquarium. Wird er daran lange Spaß haben. Was ich jetzt hier gerade entdeckt habe, sieht aus wie irgendwas, was schimmelt. Da könnte Futter liegen oder ein verstorbenes Tier oder so. Das sollte man auf dementsprechend natürlich absaugen. Was sagt ihr zu dem Aquarium? Schreibt mal gerne unten in die Kommentare. So, das was in der Luft ist, ist alles CO2. Gehe ich mal von aus. Ah, da hinten haben wir Dario, Dario. Der kenne ich doch sofort. Auch wunderschöne kleine Buntbarsche, finde ich. Also ich mag die total gerne. Die stehen immer so genial, haben so eine tolle Färbung. Zumindest die Männchen. Die Weibchen sind ja leider etwas gräulich gefärbt, aber richtig, richtig toll. Und da haben wir auch noch eine Grundel, ne? Grundel haben wir auch noch da. Auch schön. Nicht schlecht. Auf dieses Aquarium kannst du definitiv stolz sein. Richtig, richtig gut. Daumen nach oben. Also meine lieben Freunde, sendet euer Aquarium auch an. Wie das Ganze funktioniert, habe ich im letzten Video erklärt. Ich verlinke euch das nochmal hier. Ansonsten steht es natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf zahlreiche Einsendungen. Und ich sage schon mal, schaust du gerne in TV, wirst du gerne in Schlau. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Video. Und mein Name ist Lukas Müller. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.